Kassiert ab an den rechten Haken! Was geht ab, meine Ringlab Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute wieder mit TopDog. Ja, die haben ein brandneues Video hochgeladen, das schauen wir gleich mal rein. Sollen einen geilen, geilen Knockout geben. Bevor wir einsteigen, wie immer, Freunde, nicht vergessen, wenn ihr demnächst mal möchtet beim Einkommen von Kampfsportartikeln oder Nahrungsregänzungsmitteln oder jetzt auch bei Smilodogs für geile Sportartikel, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung, dort findet ihr geile, saftige Rebat-Codes. Der erste Fighter, den wir jetzt hier sehen, ist der Max Fyodorov. Der ist 1,86 Meter groß, 91,4 Kilogramm schwer, 29 Jahre alt, Kampfsport-Hintergrund ist Uliza, also Straße, Reichweite beträgt 1,88 Meter. Bei TopDog FC steht er mit einer Statistik von 2 zu 1. 1,74 ist die Wettquote. Mal sehen, wie die beim Gegner ausschaut. Das ist der Jangir. Ja, ja, Jangir ist der 1,85 Meter groß, 94,4 Kilogramm schwer, 22 Jahre alt, MMA ist ein Kampfsport-Hintergrund, Reichweite beträgt 1,98 Meter. Wettquote ist 2,98 und das ist sein Debüt bei TopDog. Die Leute gehen also davon aus, dass der Max diesen Kampf gewinnen wird. Er hat gesagt, er ist schon seit 5 Jahren professioneller MMA-Fighter und der Max hat vorhin im Interview gesagt, dass er sich als Favoriten sieht, weil es Bärnackelboxen ist und wer da schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat. Die haben jetzt hier auch ein bisschen was über diesen Jangir gesagt. Der hat einfach Highlights von sich zu TopDog geschickt und gesagt, ey, ich werde ein neuer Star, ja. Ich habe einen einzigartigen Fighting-Style und ich werde ein neuer Star bei euch in der Box Promotion sein. Keiner wird mehr Aufregung bringen als ich in dem Kampf. Kommt hier direkt erstmal mit der Vorwärtsrolle in den Kampf. Erinnert an einen jungen Prinz Nazim Hamed. Ey, das gefällt mir. Der hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Swag hier. Kommt ein bisschen mit, ne? Hat hier ein bisschen gewisses Etwas. Ich hoffe nur natürlich, dass er jetzt nicht eiskalt irgendwie ausgenockt wird oder so. Das wäre traurig. Ich finde, interessante Tattoos hat er da jetzt auf der Brust. So, die erste Runde beginnt, Freunde. Platziert eure Wetten. Gewinnt auf der linken Seite Jangir oder gewinnt auf der rechten Seite Max. Ich bin gespannt, ob Jangir jetzt hier nur große Klappe hatte oder ob da wirklich was dahinter ist. Kommt jetzt hier direkt mit drei, vier harten Schwingern. Will direkt am Anfang des Kampfes beweisen, dass er nicht nur irgendein MMA-Fighter ist, sondern auch Bernhard geboxen kann. Ja, technisch war das noch nicht allzu sauber. Der hat die Arme einfach nur durchgeschwungen. Erinnert ein bisschen an unseren Bazooka-Russen. Max kommt mit einer Kombination im Vorwärtsgang. Muss aufpassen, dass er nicht getroffen wird. Der Jangir schwingt die Arme einfach nur durch. Der musste, ja, wilder Fighting-Style auf jeden Fall. Er hat gesagt, dass er hier Eindruck machen möchte. Kassiert einen guten Treffer von Max. Wackelt. Die Beine waren kurz weg. Boah, da hat er sich eine gute Bombe gefangen. Wartet, wartet, wartet. Das will ich nochmal sehen. Bam, hier im Vorwärtsgang. Kassiert einen Overhand-Rechte direkt als Konter. Wackelt an. Max kommt mit einer weiteren Kombination hinterher. Das hat wehgetan. Oh, nein. Nein, nein. Bitte sagt mir nicht, dass das schon das Ende von diesem Kampf ist. Ich glaube, der hat sich den Wangenknochen gebrochen. Ich glaube, Jochbein ist durch. Ah, mein Gott, ist das bitter. Ich habe ja gesehen, dass der Kampf nur 10 Minuten geht. Aber ich hatte mir wirklich erhofft, dass es länger als 60 Sekunden lang gehen würde. Ah, nein, bitte. Das ist bitter, Mann. Den würde ich auch gerne mal kämpfen sehen. Ich habe ihn damals den russischen Conor McGregor genannt, ja. Den würde ich auch gerne endlich mal wieder kämpfen sehen. Lass mal kurz nochmal die Highlights anschauen. Bam, da hat er sich schon guten Treffer gefangen, ja. Der Junkie hat einfach nur geschwungen. Also da war nicht viel Technik dabei in seiner Schlagausführung, muss man ehrlich sagen. Der ist es etwas zu wild angegangen. Und der Max ist halt ein erfahrener Fighter. Da muss man aufpassen. Boah, ich feiere diese Slowmotion Kamera von Top Dog richtig. Das ist so eine geile Kamera. Boah, da hat er den Max aber auch gut getroffen, rechts an der Schläfe oben. Und hier nochmal am Kinn gut erwischt, ja. Kein cleaner Treffer, aber trotzdem. Wo ist dieser Treffer an das Jochbein? Hier kommt es, glaube ich. Er kommt rein, bam, und kassiert direkt die Overhand an das Jochbein. Der hat ihm safe das Jochbein gebrochen. Garantiert, garantiert. Jetzt ist das wirklich ein sehr, sehr kurzes Video hier und es gefällt mir gar nicht. Ich will euch nicht mit einer 3-Minuten-Reaction oder so stehen lassen. Ich glaube aber, dass wir uns... Ja, genau hier, schaut mal. Ich habe mir ein, zwei Kämpfe noch gar nicht angeschaut von den älteren Fights, weil ich noch gar nicht dazu gekommen bin. Schauen wir uns das jetzt hier auf jeden Fall noch an, Freunde, ja. Wie gesagt, ich lasse euch nicht mit einer 3-Minuten-Reaction oder sowas hängen. Der Murat ist 1,81 Meter groß, 69 Kilogramm schwer, 20 Jahre alt. Kudo ist sein Kampfsport-Hintergrund. 1,79 Meter beträgt seine Reichweite. Bei Top Dog ist es sein Debüt. 1,58 ist die Wettquote, recht niedrig. Ja, das bis jetzt... Also wir haben noch nie was von dem gesehen. Bin mal gespannt. Er hat gesagt, Boxen und Kudo ist sein Kampfsport-Hintergrund. Also er sollte auf jeden Fall ein bisschen boxen können. Sein Gegner, den haben wir schon mal kämpfen gesehen. Von dem Team Ursch. Ist Azamat, Assassin. Er ist 1,81 Meter groß, 67 Kilogramm schwer, 23 Jahre alt. Boxen ist ein Kampfsport-Hintergrund. 1,81 Meter ebenfalls seine Reichweite. Bei Top Dog FC steht er 0 zu 1. Wettquote 2,3. Also erwarten die Leute tatsächlich, dass er andere den Kampf gewinnt. Außerdem, kurze Information, Freunde. Hier hinten, Chojambe hat die ganze Zeit Beef mit so einem anderen Perser. Die hätten eigentlich demnächst gegeneinander kämpfen sollen. Jetzt ist anscheinend der Kollege von Chojambe eingesprungen und kämpft gegen den Perser demnächst. Da wird es auch eine wilde Reaction dazu geben. So, spulen wir direkt in den Kampf vor, Freunde. Platziert eure Wetten. Wer gewinnt den Kampf? Gewinnt Murat hier in der Jeans oder gewinnt Azamat, Assassin, in der Cargo-Hose oder in dieser hellen, komischen anderen Hose? So, bin mal gespannt. Lass mal loslegen. Man sieht deutlich den Unterschied von Top Dog der vorherigen Staffel und der aktuellen Staffel. Schaut mal. Allein vom Flair und so sieht man schon deutliche Unterschiede hier. Gute Treffer direkt hier vom Azamat. Will den Kampf von Anfang an bestimmen und das Tempo vorgeben. Murat noch schöne Bewegungen. Ey, das ist der Erste, der Boxschuhe anhat. Schaut mal, der hat Adidas Boxhawk-Boxschuhe an. Das ist der Erlererste, der jemals hier Boxschuhe getragen hat, glaube ich. Schöne Beinarbeit zeigt er hier. Gute, guten Boxstil. Schön mit dem Jab arbeitet er hier gerade. Nutzt seine Reichweite aus. Etabliert hier gerade ein bisschen seine eigene Distanz. Schöne lange Rechte zum Körper. Der gefällt mir, Mann. Der zeigt mir ein bisschen hier klassisches Boxen. Wow, kurzer Slam hier. Azamat, Assassin, kurz erstmal wütend geworden. Piss dich hier erstmal auf, ja. Pusht dich selber. Digga, wenn der nicht übelst auf Koks oder irgendwas anderes ist, der Typ da hier rechts, ne. Schaut mal den an hier mit der krassen Brille da. Schaut mal den. Was ein Swagger, Mann. Richtiger Fashionkiller. Wahrscheinlich voll auf Nase oder irgendwas. Will den Leuten nicht seine Augen zeigen und deswegen die dicke Brille. Das scheint ja voll die Sonne, ne. in dem Studio. Ja, noch recht zurückhalten jetzt hier beide an dieser Stelle. Beide warten ein bisschen auf ihre Gelegenheit. Murat versucht weiterhin mit dem Jab die Distanz zu etablieren. Azamat wechselt hier gerade die Auslage. Kommt mit einer 1-2 hinterher. Verfehlt aber. Regt sich hier ein bisschen auf. Da war wohl der eine oder andere Hinterkopfschlag mit dabei. Das eine Mädel bangt schon irgendwie. Die ist schon voll am Zittern. Ich weiß nicht wieso. Da ist noch gar nichts Wildes passiert. Also ich persönlich favorisiere jetzt hier gerade den Murat. Mir gefällt er besser vom Boxstil her. Ich würde mir nur jetzt mal wünschen, dass die beiden etwas mehr Gas geben. Murat kommt direkt jetzt hier in den letzten 10 Sekunden mit einer Aktion vorwärts. Azamat versucht auch nochmal seine Treffer zu landen, um abschließend in dieser Runde paar Punkte zu sichern. Beide umarmen sich jetzt hier nochmal am Ende der Runde. Ja, respektvoll. Respektvoller Umgang miteinander. Kurzer Kampfschrei hier von Murat. Aber ich finde, in dieser Runde waren nicht allzu viele Highlights dabei. Deswegen spulen wir direkt vor und schauen uns an, was die zweite Runde bringt. So, zweite Runde beginnt, ja. Recht ausgeglichene erste Runde. Ich würde vielleicht ganz kleine Vorteile bei Murat sehen in der ersten Runde. Mal sehen, wie die zweite Runde sich entwickelt. Schöne kurze Rechte direkt an die Schläfe von Assassin, von Murat, ja. Hat er ihn mit einem Jab vorbereitet und dann die rechte Kurze reingebracht, die gerade. Man sieht definitiv, technisch ist Murat viel, viel besser als Azamat. Ja, es ist halt ein sehr technischer Fall gerade. Schöner Schwinger jetzt hier direkt von Azamat mit der Linken. Kassiert ihn aber nicht, ja, weil er es geschafft hat, da auszuweichen. Hier kassiert er aber gerade einen Uppercut. Schaut mal, sehr schön gemacht von Assassin. Wendet sich ein bisschen raus und im Clinch gibt er eben einen kurzen Uppercut. Zu viele Pausen dazwischen. Ja, für meinen Geschmack einfach zu viele Pausen zwischen den Aktionen. Da muss ein bisschen mehr Tempo sein. Die machen so 20 Sekunden gar nichts, dann kommt eine Aktion, dann wird wieder 20 Sekunden den Gegner abgetastet. Ich würde mir ein bisschen mehr Aktivität einfach von beiden durch den Kampf hinaus wünschen. Eieiei, warte mal, habt ihr das gerade gesehen? Dieses Kamera-Movement hier hinten, schaut mal. Der Kollege sitzt einfach schon so auf so einem, der fährt ihn da rum auf der Kamera. Man sieht, Topdog geht in eine extrem professionelle Richtung, Mann. Das ist halt das, viele sagen immer, boah, du stehst nur auf diese Schlägereien und nur auf diese Schwinger, ja. Du legst keinen Wert auf Technik. Ich lege sehr wohl Wert auf Technik. Aber man sieht, wenn ein Kampf zu technisch wird, wird es für das Auge einfach wieder nicht mehr so interessant. Weil beide einfach ein bisschen zu sehr abwägen, versuchen ihre Lücken und sowas zu finden. Es ist für das Auge einfach interessanter, wenn beide durchschwingen und versuchen, sich den Kiefer zu brechen. Das ist halt das, was ich mehr feiere. Auch in dieser Runde keine großen Aktionen dabei gewesen, die es wert sind, irgendwie was hervorzuheben. Deswegen spulen wir auch hier vor und schauen uns direkt die dritte Runde an. So, dritte Runde beginnt. Zweite Runde auch wieder recht ausgeglichen gewesen. Derjenige, der die dritte Runde jetzt komplett dominiert, wird der Sieger von dem Kampf höchstwahrscheinlich sein. Asamat am Anfang der Runde direkt mit zwei, drei harten Treffern. Im Clinch versuchen beide jetzt noch ein paar Körpertreffer zu bringen. War aber recht unsauber. Der Referee stoppt das Ganze. Asamat schmeißt sich hier mit seinem ganzen Körpergewicht in den Gegner. Man sieht also ein bisschen unsauber der Kollege. Versucht halt, die Knockout-Treffer immerhin selbst ranzubringen. Während hingegen sein Gegner Murat sehr technisch bleibt, versucht er halt etwas ein bisschen den Kampfhund rauszubringen. Kassiert aber einen rechten Haken. Asamat mit dem Überraschungstreffer jetzt hier. Oh, endlich mal ein saftiger Treffer. Kurzen Uppercut und dann Rechte. Perfekt ans Kinn. Was ein geiler Treffer. Da ist der Murat mal kurz zusammengeklappt. Scheint aber hier fit zu sein. Es war ein kurzer Lichtscheiter, der bei ihm umgelegt wurde. Er ist aber wieder fit. Seine Beine sind auf jeden Fall da. Hier an dieser Stelle hat man die zwei verschiedenen Arten von Knockout-Treffern gesehen. Oder zum Beispiel, ja. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie jemand Knockout geht. Die erste ist, du triffst ihn und er geht schlafen. Oder er steht wieder auf und seine Beine sind wackelig. Er ist extrem angeschlagen. Und dann gibt es die zweite Art. Und zwar, du triffst ihn. Seine Lichter gehen kurz aus. Die Reflexe im ganzen Körper, die ganze Körperspannung sackt kurz auf. Und dann steht er aber sofort wieder auf und ist wieder fit. Das war so die zweite Variante gerade, ja. Also seine Beine sind noch da. Sein Verstand, alles ist klar. Er ist nicht angeschlagen von diesem Knockout-Treffer. Von diesem Knockout-Treffer, sag ich mal so. Aber seine Lichter waren kurz weg. Wenn Azamat jetzt wirklich noch ein paar saubere, klare Treffer in diesen Kampf reinbringen kann, könnte es sehr wohl sein, dass er den Sieg in diesem Kampf bekommt. 30 Sekunden verbleiben. Mal sehen, ob Azamat, Azamat geht nochmal mit einem linken Haken rein. Trifft ihn erneut am Kinn. Das war jetzt aber ein leichter Knockdown eigentlich, würde ich behaupten. Murat kommt zurück, versucht ihn im Clinch nochmal zu treffen. Beide rangeln ein bisschen miteinander rum. 20 Sekunden verbleiben jetzt hier in dieser letzten Runde. Chorjambe selbst kurz davor, in den Ring zu springen. Komm, wer macht die letzten 10 Sekunden? Das ist jetzt nochmal richtig spannend geworden am Ende des Kampfes. Nicht miteinander clinchen. Harte Treffer noch. Komm, harte Treffer noch. Azamat schwingt nochmal durch. Kampf ist vorbei. Chorjambe springt rein, hebt seinen Teamkollegen hoch. Der andere denkt sich, hey, das kann ich auch. Ich hebe ihn auch mal hoch. Dreht ihn jetzt hier in der Pirouette, wie bei Dirty Dancing. Kurze Dance-Moves jetzt hier. Ein bisschen Dreck von der Schulter von Azamat. Der zeigt ja erstmal ein paar Swag-Dout-Moves. Ja, schwierig. Wer hat diesen Kampf jetzt gewonnen? Wer hat diesen Kampf jetzt gewonnen? Wir müssen uns auf jeden Fall die Highlights von dieser Runde anschauen. Da waren sehr, sehr gute Sachen dabei. Die müssen wir definitiv sehen, um bestimmen zu können, wer wirklich den Kampf gewonnen hat. So, hier. Das war am Anfang der dritten Runde. Ein paar harte Treffer von Assassin. Leider nicht ganz sauber getroffen. Wo kommt dieser Treffer? Ich warte nur auf diesen einen rechten Haken, den er da gelandet hat. Da waren ein paar gute Treffer dabei. Recht wild, ja. Azamat wieder mit seinem ganzen Körper im Vorwärtsmarsch. Hier müsste das irgendwo kommen. Ne, ne, das ist nochmal die Wiederholung aus einem anderen Winkel. Wo bleibt der Treffer? Hier war das. Uppercut. Schwingt die linke. Rechte. Der Batz perfekt auf den Knopf getroffen. Murat setzt sich kurz hin, steht aber sofort direkt wieder auf. Schaut mal. Perfekt auf den Knopf. Boom. Und der Niederschlag. Das könnte wohl sehr wohl Azamat den Kampf geschenkt haben. Dieser eine Niederschlag könnte dafür gesorgt haben, dass er den Kampf gewinnt. Also ich würde sagen, dass Azamat vielleicht nur wegen dem Knockdown in der letzten Runde ganz, ganz knapp den Sieg geholt hat. Ansonsten würde ich es sogar unentschieden geben. Mal sehen, wie die Punkte Richter bei Top Dog entscheiden. Euer Sieger, Split Decision, also nicht einstimmig. Azamat Assassin Mirzaidov. Mirza Zaidov. Ja, ich sag's euch. Er hat den Kampf gewonnen wegen dem Knockdown in der dritten Runde. Da hat er ihn nochmal, buff, mit der rechten ans Kinn getroffen und ihn runtergesackt. Das ist der einzige Grund, warum er den Kampf gewonnen hat. Ansonsten wäre es höchstwahrscheinlich ein Unentschieden geworden. Aber, war ein guter Kampf. Jetzt am Ende noch hin. Ja, Azamat hat den Kampf mit diesem Knockdown wirklich noch gerettet in der dritten Runde. Ich drück auf jeden Fall den Daumen hoch. Das war's heute schon mit der Top Dog Reaction. War heute ein bisschen anders als sonst. Ja, ich hoffe, dass die nächste Reaction wieder eine richtig saftige Reaction mit einem harten Kampf wird. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch, drückt den Kanal, abonnieren, Kommentar hinterlassen für den Support, wenn ihr mich supporten möchtet. Wenn nicht, ist das natürlich auch nicht so schlimm. Morgen oder übermorgen kommt eine Reaction zu Punch Club. Da kämpft der 150 Kilo Schellenrusse gegen den 200 Kilo Gorilla-Russen. So, ja, Freunde, bis zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt alle auf, ich hoffe und ciao, ciao.